Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auch gar nicht Sinn und Zweck dahinter, dass du als Inhaber von einem Handwerksbetrieb genau verstehst, wie Facebook funktioniert oder wie Google funktioniert oder wie Instagram klappt. Das ist nicht dein Job. Dein Job ist, dein Handwerk gut zu machen. Also du machst dein Handwerk und wir machen unseres. Also wir sind letztendlich oder zumindest sind wir in dem Bereich halt sehr erfahren mittlerweile mit über 600 Partnern. Herzlich willkommen zum Fachfirmen-Podcast. Mein Name ist Marvin und ich sitze hier wieder mit dem guten Alexander Thieme und ich heiße dich hier willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um die Frage, lohnt sich Social Media als Handwerksbetrieb? Und dieser Frage wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Und ja, Alex, was sind deine Gedanken dazu? Ich würde das mal vielleicht in drei Punkte untergliedern. Was kann man dazu sagen, lohnt sich Social Media als Handwerksbetrieb? Ja, die Frage ist immer, was heißt erstmal lohnt sich? Man muss ja immer irgendwie mal definieren, was möchte ich als Ziel erreichen? Ich sage mal, man kann als Unternehmen jetzt mehrere Ziele haben. Ich würde es mal in zwei bis maximal drei Kategorien unterteilen. Ziel eins natürlich Mitarbeiter finden. Ziel zwei ist Kunden zu gewinnen und Ziel drei ist einfach bekannter zu werden, um die Präsenter zu werden, eine nachhaltige Marke aufzubauen. Und das sind so die drei Punkte, die man jetzt sagen kann. Dafür macht man Werbung und Social Media ist einfach eine andere Form von Werbung. Man muss aber vorsichtig sein, weil Social Media ist ja sehr viel erstmal. Das sind irgendwelche Postings, das sind aber auch natürlich bezahlte Werbeanzeigen. Ja, man muss sich eigentlich erstmal bewusst werden, was heißt eigentlich Social Media? Alle reden immer von Social Media und hier muss man Social Media machen oder hier Chef, wir machen so wenig auf Social Media oder können wir da ein bisschen mehr machen? Die Frage ist ja, was ist damit eigentlich gemeint? Und um mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, Social Media hat eigentlich so zwei Ebenen, kann man sagen. Und das ist einmal das Organische, so nennt man das. Das heißt, also das sind so Postings, also man postet irgendwie ein Foto da rein oder man sagt so, hier, heute ist Tag der offenen Tür und so weiter. Also das sind so die Sachen, die kennst du ja auch aus so verschiedenen Kanälen. Ob das jetzt bei Facebook ist oder bei Instagram oder wo auch immer, das ist erstmal egal. Es gibt aber diesen organischen Bereich. Und dann gibt es bei Social Media noch den Werbebereich, wo man, das kennst du ja auch, wenn du jetzt irgendwie durch Facebook oder Instagram mal durchgehst, dann siehst du ja auch immer die gesponserten Beiträge. Und das ist im Prinzip dieser Paid Social Bereich. Das läuft natürlich auch alles unter dem Mantel Social Media, aber man muss eigentlich diese beiden Bereiche trennen. Und jetzt ist die Frage, wenn man sagt, lohnt sich Social Media, dann muss man jetzt unterscheiden und das hat Alex eben schon gesagt, welches Ziel hat man jetzt? Eine Mitarbeiter gewinnen und Kunden gewinnen und eine Sache, die ich auch sehr, sehr häufig so höre als falsche Wahrnehmung, kann man schon fast sagen, ist, dass die Leute eben sagen, ja, über Social Media kann ich eben neue Leute erreichen oder über solche Postings. Und dann versuchen eben die Betriebe über ihre Seite dann Beiträge zu machen und so weiter und darüber dann zum Beispiel neue Mitarbeiter zu finden und Kunden zu gewinnen. Und da kannst du wahrscheinlich auch erklären, warum das eben ein falscher Denkanstoß ist, ne? Ja, also das Problem ist halt, dass wenn ich was teile, sehen es ja, dass man Leute, die mich schon kennen. Ja, das heißt, du hast ja deine, du hast ja dann, wenn du als Betrieb, als Handwerksbetrieb jetzt deine Facebook-Seite hast oder deinen Instagram-Kanal, dann folgen dir ja Leute. Das sind vielleicht deine Mitarbeiter, das sind deine Bekannten, das sind Leute aus der Familie, das sind auch Kunden und das ist aber ein begrenzter Personenkreis, ne? Und das sind Leute, die, ja, die mögen auch einfach dein Unternehmen, ne? Die finden das cool, was du machst und so weiter und das sind meistens die Leute, die liken dich dann, ne? Wenn du schon ein bisschen größer bist, dann kann es auch sein, dass dich auch Kunden und so weiter oder viele Kunden natürlich auch irgendwann da liken und dir folgen. Aber das Problem ist, und das hast du eben schon angesprochen, die Leute, die kennen dich dann schon, ne? Also das ist ein begrenzter Einfluss-Dunstkreis quasi, ist wie so eine Blase, die man damit nur ansprechen kann, ne? Genau, also im Endeffekt sieht, was hast du postet, so eine Person, die dich schon kennt, die dich schon geliked hat, damit schon entweder Kunde bei dir ist oder auch auf jeden Fall Kunde bei dir wird, wenn sie den Bedarf hat und als Mitarbeiter potenzieller dich halt auch schon kennt. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber es wird ja auch von anderen geteilt, dann sehen das deren Freunde wieder, aber beobachte wirklich mal, wenn du mal drei, vier Postings machst, wie viele teilen das. Erstmal muss man auch wissen, von den Leuten, die dich tatsächlich geliked haben, sehen es auch nur ein paar Prozent, also ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber meine letzten Zahlen sind so fünf Prozent von denen, die dich liken. Also wenn du, sagen wir mal, tausend Likes, was schon sehr viel ist, muss man sagen, für ein einfaches, lokales, regionales Unternehmen, ne? Ja, davon sehen es dann 50 Leute, für die 50 Leute machst du den Post und wenn du jetzt Glück hast, dann scrollen nochmal 40 Leute einfach drüber und nur zehn Leute nimmst wahr und du hast am Ende deine fünf Likes von den Leuten, die immer liken, aber keiner teilt es. Selbst wenn dies teilen, sehen es auch wieder nur von deren Freunden nur fünf Prozent. Ja. Also das ist kein wirklicher Hebel, den du da aufbaust und dieses Posten, das kostet ja auch Zeit, du musst ein Bild machen, du musst einen Text dazu schreiben, machst dir ein bisschen Gedanken dazu, das ist immer eine halbe Stunde schnell weg. Ja, ja. Ich sag mal, also das ist immer, was ich unseren Partnern und Interessenten in den Beratungen mitgebe. Wenn du in der Zeit, wo du das Posting machst, mit dem ganzen Aufwand drum und dran, für Mindestlohn arbeiten würdest, sagen wir einfach mal, du bekommst dann diese halbe Stunde fünf Euro und diese fünf Euro in Werbung steckst, dann würdest du 500 Menschen erreichen. Und diese 500 Menschen sind garantiert mehr, als du mit dem Posting erreichen wirst, wenn du nicht ein Riesenbetrieb bist, der eine super große Reichweite hat. Genau, wenn man jetzt nämlich die Brücke schlägt und sagt, okay, das ist ja jetzt quasi, wo wir eben drüber geredet haben, das ist ja der organische Bereich und jetzt gibt es eben auch den bezahlten Bereich, das ist das, was du eben angesprochen hast. Wir können nämlich auch in den Plattformen hergehen und einfach sagen, wir machen jetzt keine organischen Postings auf unserer Seite, sondern wir schalten eben Werbung. Das ist so ein bisschen im Hintergrund, das ist auch nicht das, was du kennst, wenn du jetzt vielleicht mal auf Facebook eine Seite hast, wo dann steht Beitrag bewerben, das ist was anderes. Sondern das wird sozusagen im Hintergrund, wird quasi eine richtige Werbeanzeige eben geschaltet und das ist das, was der Alex eben gesagt hat, dass es eben viel effizienter ist, wenn man jetzt wirklich auch neue Leute, wenn zum Beispiel Mitarbeiter, wenn du Mitarbeiter finden willst, wenn du auch neue Leute finden willst, dann willst du ja nicht Leute, die schon deine Seite liken, sondern du willst ja auch rausgehen in die Region und eben Fachkräfte anziehen. Du willst die Fachkräfte auch für dich gewinnen und du musst dann natürlich Leute finden, die dich noch nicht kennen und das schaffen wir eben nur über diesen bezahlten Werbebereich. Und das ist das, was wir auch bei uns machen, bei der A&M, was wir auch für unsere Partnerbetriebe eben übernehmen, weil wir sind eben der festen Überzeugung, dass Social Media an sich, also dieser organische Bereich, über den wir eben gesprochen haben, als Handwerksbetrieb längst nicht so effizient ist wie der bezahlte Bereich. Das ist unsere Philosophie und damit sind wir auch, ja, da sind unsere Partnerbetriebe auch sehr erfolgreich damit, weil wir darüber eben neue Leute ansprechen können und auch neue Kunden ansprechen können und Mitarbeiter ansprechen können. Ja, also man muss natürlich sagen, also es gibt so eine Daseinsberechtigung für auch die Postings und das ist einfach der Punkt, wenn du jetzt bei Bestandskunden im Kopf bleiben willst, weil die werden dich halt immer mal wieder sehen, Leute, die dich schon liken, die dich schon mögen, werden dich immer mal wieder sehen. Auch das kann man mit Werbung effizienter machen, ist auch klar, nennt sich Retargeting, einfach die Leute immer wieder zu erreichen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe halt meine paar Leute und ich poste immer was für die, ist ja in Ordnung, nur du darfst ja nicht das Ergebnis davon erwarten, dass du neue Kunden oder neue Mitarbeiter gewinnst. Das wird in der Realität so gut wie nicht passieren. Ja. Und deswegen solltest du dann halt schon schauen, was ist mein Ziel, was möchte ich eigentlich, wenn es einfach nur darum geht, für meine Leute, die mich schon kennen, ein bisschen sichtbar zu sein. Okay, cool, dann mach gerne ein Posting, da spricht gar nichts dagegen. Wenn es aber darum geht, dass du wirklich mehr Kunden, neue Kunden gewinnen willst, neue Mitarbeiter gewinnen willst, einfach bekannter werden willst, bekannter heißt ja bei Leuten bekannt, die dich noch nicht kennen. Dann musst du mit bezahlter Werbung arbeiten, alles andere funktioniert einfach planbar gar nicht. Und das ist sicherlich auch so ein Ding, was viele halt missverstehen. Es geht halt nicht darum, jetzt irgendwie Essen zu posten oder so, es geht halt wirklich darum zu schauen, eine Strategie zu machen. Deswegen, also wir versuchen ja auch immer die Partner, auch dich jetzt in dem Video irgendwo strategisch auch oder in dem Podcast auch strategisch zu beraten. Ja. Also auch strategisch verstehst, was dahinter steht, weil einfach zu sagen, ich bin jetzt irgendwie digital online, ich bin jetzt irgendwie mal online, um online zu sein, bringt es halt nicht. Man muss sich wirklich überlegen, was ist das Ziel, wo ich hin möchte und was sind sinnvolle Schritte auf dem Weg dahin. Und dann merkt man halt, wenn das Ziel ist, neue Mitarbeiter zu finden, ist es nicht das Sinnvolle, was zu posten, was nur ein Bruchteil von denen sieht, die mich schon kennen. Dann kriege ich einfach keine neuen Leute. Und das muss einfach klar sein, ist einfach eine andere Erwartungshaltung. Ja, ich habe auch eine Story dazu, zu dem Thema von einem Partnerbetrieb, die auch bei uns sind. Es ist eine Firma, die machen Badsanierungen und Heizung, also Sanitärheizung und so weiter. Und da kam auch der Inhaber auf mich zu und meinte, hier Marvin, wir müssen mal in Sachen Social Media jetzt was machen. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, naja, was meinst du denn mit Social Media? Ja, hier müssen neue Anfragen gewinnen und ich will auch Mitarbeiter einstellen und so weiter. Und dann bin ich das mit ihm auch nochmal durchgegangen. Also was willst du denn jetzt wirklich? Und er so, ach so, ja, nee, ich dachte, wir müssen jetzt hier Postings machen und so. Und dann habe ich ihm mit mir erklärt, welche Ebenen es da gibt. Und mittlerweile ist es halt ein sehr, sehr starker Partner von uns. Der macht so Beda im Bereich 50.000, 60.000 Euro. Also sehr hochpreisige Geschichten. Das ist ja auch ein Punkt, wo viele immer sagen, Social Media und Instagram und Facebook, da sehe ich nicht, dass da meine Zielgruppe ist. Also wenn deine Produkte zwischen 10.000 und 70.000, 80.000 Euro kosten, dann sind die definitiv auf Facebook. Das geht auch noch höher. Das geht auch noch höher. Wir haben in jedem Bereich Partner. Ja, wir haben auch schon, also wir haben auch schon. Der Lernpartner, der hat Terrassendächer für 160.000 verkauft. Ein Auftrag für einen Gastrobetriebengröße. Ja, genau. Also selbst, also im geschäftlichen Bereich sind die Leute da unterwegs. Das heißt, Social Media lohnt sich eben auch, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Social Media lohnt sich eben auch für höherpreisige Bereiche. Das heißt, es ist eben auch ein großer Glaubenssatz, den die Leute haben, dass man eben da nicht die Leute erreichen kann, sondern es da nur im niedrigen Preissegment unterwegs ist und das ist falsch. Man muss aber wirklich sagen, also es ist halt wirklich immer die Frage, was möchte ich erreichen, was ist mein Ziel? Und wir haben gerade gesagt, viele haben halt wirklich erstmal die Erwartungshaltung, ja, ich muss jetzt irgendwie online was machen. Ich habe verstanden, online sind die Leute, aber ich muss irgendwie was machen jetzt. Und dann geht es halt ganz oft in die Richtung, okay, dann habe ich einen Verband, der kümmert sich da ein bisschen mit drum. Da ist so eine kleine Verbandslösung, hat vielleicht noch eine kleine Herstellerlösung. Das ist aber alles nicht das, was das wirkliche Ziel bringt. Du brauchst wirklich jemanden, der strategisch da mit dir einfach mal durchgeht, man wirklich guckt, was ist das Ziel? Und nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier 11,88,0, da zahle ich 100 Euro im Monat für und dann bin ich da sichtbar. Das funktioniert halt faktisch nicht, weil die meisten verstehen nicht mal, was dahinter steht, was für Leute angesprochen werden, was die sehen. Und bevor du das nicht verstanden hast, solltest du da auch nichts machen. Du solltest erstmal grundsätzlich verstehen, was da abgeht. Du musst das Thema nicht komplett durchdringen, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum zu verstehen, kann diese Maßnahme, die wir machen, überhaupt den Effekt bringen? Weil nur online zu sein, bringt halt nichts. Das muss einfach klar sein. Es ist so, als würde ein Partner jetzt zu dir kommen und sagen, du machst einen Markisen und sagen, ja, ich hätte gerne einen Markiser. Dann sagt er, ja, was für einen möchte denn? Das wirst du jetzt wahrscheinlich fragen. Und dann sagt er, ja, nur eine Markise halt. Das ist halt das gleiche Thema. Und wenn er dann die vom Baumarkt nimmt für 300 Euro, wird er wahrscheinlich nicht so glücklich sein, aber er hat eine Markise. Das passiert mir ja genau das Gleiche. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist auch gar nicht Sinn und Zweck dahinter, dass du als Inhaber von einem Handwerksbetrieb genau verstehst, wie Facebook funktioniert oder wie Google funktioniert oder wie Instagram klappt. Das ist nicht dein Job. Dein Job ist, dein Handwerk gut zu machen. Also du machst dein Handwerk und wir machen unseres. Also wir sind letztendlich oder zumindest sind wir in dem Bereich halt sehr erfahren mittlerweile mit über 600 Partnern. Also wenn das etwas ist, wo du sagst, ich muss da Gas geben und ich will da was machen, dann lass das gerne Leute machen, die damit aufgewachsen sind, die wissen, was dahinter steckt, was man da machen muss. Es ist für dich ganz wichtig zu verstehen, wie das grob funktioniert, dass du auch einschätzen kannst, ob das was für deinen Betrieb ist oder nicht. Das erklären wir dir auch gerne in einem Beratungsgespräch. Kannst du dich einfach anmelden auf am-beratung.de. Da können wir zusammen ausarbeiten, wie das Potenzial in deiner Region ist, wie viele Fachkräfte in deiner Region verfügbar sind und so weiter und wie viel Kundenpotenzial da ist. Aber wenn dich das interessiert, dann ist mein Tipp, versuch dich da nicht unnötig mit auseinanderzusetzen, weil am Ende ist es nicht dein Job, dich mit diesen ganzen Sachen auszukennen, sondern dein Job ist, deine Kunden happy zu machen. Unser Job ist, unsere Kunden happy zu machen, unsere Partnerbetriebe erfolgreicher zu machen. Und ja, in dem Sinne würde ich auch sagen, haben wir das Thema Lohnt sich Social Media ganz gut abgedeckt. Wie gesagt, wenn das ganz interessant war für dich, dann lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo hier da, dass du auch immer mitbekommst, wenn es wieder neue Folgen gibt. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.